Kategorien. Es gibt nun klar definierte Kategorien, in denen es unterschiedliche Regeln gibt. Je nach Gewicht und Flugabsicht fällt deine Drohne in die Kategorie Open, Specific oder Certified. Solltest du mit deiner Drohne keinen Transport von Menschen mit Flüge über Menschenansammlungen oder außerhalb der Sichtweite planen, so ist wahrscheinlich die Kategorie Open für dich relevant. Diese betrifft Drohnen, die unter 25 Kilogramm schwer sind. Erlaubt sind Flüge bis zu 120 Meter Höhe mit direkter Sichtverbindung. Der Abstand zu unbeteiligten Personen ist durch weitere Unterkategorien A1 bis A3 definiert. Unter welche Kategorie deine Drohne fällt, hängt von ihrer CE-Klassifizierung ab, welche sich nach dem Gewicht richtet und auf der Verpackung gekennzeichnet sein sollte. Ältere Modelle ohne die entsprechende Kennzeichnung dürfen natürlich noch weiterverwendet werden. Für sie gelten aber andere Gewichtsgrenzen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, lade dir einfach die ÖAMTC Drohnen-Info-App herunter.